Also ich habe einen Flieger mit 95 Plätzen und die Passagiere erscheinen nur zu 90%. Das heißt, ich verkaufe jetzt einfach mal 100 Tickets. Bei 100 Tickets werden 90 Leute kommen, das geht normal gut. Ich habe 95 Plätze, aber mit welcher Wahrscheinlichkeit geht mein Taktik dann doch schief? Das kann ich berechnen, das ist so ein Binominal BNPK-Problem. Und was haben wir denn hier? Also N ist das fast Schwierigste, ist in dem Fall 100, weil ich verkaufe ja 100 Tickets. Jetzt 100 Personen haben eine 90% Chance. P ist dann logisch, das ist diese 0,9, das ist die 90%. Und was ist K? Es geht schief. Ich habe 95 Plätze, das heißt K ist größer oder gleich 96. Wenn das eintritt, habe ich verärgerte Passagiere, die mitfliegen wollen und nicht mitfliegen können. Mit welcher Wahrscheinlichkeit P von X größer gleich 96? Das möchte ich wissen und das kann ich nachschauen. Und damit ist es so etwas Kumulatives, so etwas mit Summe. Das heißt, ich gehe jetzt von I gleich 96 bis 100 und schaue das in der Formelsammlung nach. Wenn ich mit der Tabelle arbeite, dann habe ich ja nicht die Möglichkeit von 96, 97 usw. zu machen, sondern ich muss hier 1 minus machen. Also 1 minus P von X kleiner gleich 9, 5. Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass es gut geht. Also von 0 bis 95. Und 1 minus ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht. Und das schaue ich an der Tabelle nach. Oder ich mache eben das, was ich jetzt mache. Ich schaue in meiner Lieblings-App nach. So, die Selected Recipe Distribution und bin nominal. Und ich habe hier 100, 100, 0,9. Es sollen genau 9, 6 und größer gleich. Und stelle fest, 2,34, 2,4 Prozent noch. Das riskieren wir. Also ich habe hier. Ist gleich 2,4 Prozent.